Hallo Kackbratzen! Als die Ära der PS1 zu Ende ging, wollte Sony mit einem Sack voll Spielen zeigen, was noch in der guten alten grauen Kiste steckt. Aber auch wenn diese Spiele an die Leistungsgrenze des Machbaren gingen, hat sich kein Schwein mehr dafür interessiert, da vermutlich jeder darauf wartete, dass endlich die PS2 mit grafisch noch besseren Titeln auf den Markt kam. So erging es auch dem im Sommer 2000 von Picturehouse entwickelten und von Sony veröffentlichten Actionspiel Terracon, an das sich aus besagten Gründen wohl nur die wenigsten erinnern. Terracon war vielleicht ein atypisches Spiel. Im Grunde war es ein Third-Person-Shooter mit strategischen Elementen, aber wohl weit wichtiger war dessen innovatives Gameplay und vor allem der Grafikstil. Die Entwicklerbutze Picturehouse hat wohl irgendeinen Weg gefunden, die PS1 mit Steroiden vollzupumpen, denn der Aufwand, der für die Grafik betrieben wurde, ist absolut erstaunlich. Terracon verfügte über in Echtzeit animierte Sequenzen mit sehr ausdrucksstarken 3D-Modellen mit überzeugender Gestik und Mimik. Ganz zu schweigen vom Level-Design. Insgesamt kann man wohl behaupten, dass diese Perle wohl eines der schönsten Spiele auf der PS1 war. Aber was nützt die schönste Grafik und ein cooles Gameplay, wenn niemand auch nur mit dem Arsch ein derartiges Meisterwerk anschauen möchte? Ein schweres Los für alle Spiele damals, die den Sprung auf die neue Generation nicht wuppen konnten. Selbst die Story des Spiels ist für einen Shooter relativ gut geschrieben worden und man darf sich ebenfalls auf besonders sympathische Protagonisten freuen. Die Geschichte von Terracon handelt von einer außerirdischen Zivilisation, die viele Jahrtausende, bevor sich die Menschheit in unserem Sonnensystem manifestierte, schon mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hatte. Die grauen Wesen waren gezwungen, einen neuen bewohnbaren Planeten zu suchen, da die Überbevölkerung ihrer alten Welt alles zugrunde richtete. Leider gibt es in den Weiten des Alls scheinbar nicht allzu viele geeignete Planeten, vor allem in den längst vergangenen Zeiten, in denen sich das Sonnensystem noch in den Kinderschuhen befand. Um nun die Natur der noch instabilen und leblosen Planeten in unserem System zu verändern, hatte diese Zivilisation eine Technik namens Terraforming entwickelt, die in der Lage ist, reine Energie in vordefinierte Netzwerke zu leiten, um sofort Strukturen aller Art zu errichten. Die Steuerung dieser Technik erforderte allerdings eine enorme Menge an Berechnungen, die nur ein riesiges künstliches Gehirn durchführen konnte, das mit dem Netzwerk der Raumschiffe der grauen Aliens verbunden war. Dieses Gehirn taufte man auf den Namen Terrakon. Allerdings erhielten unsere Aliens am Ende seiner Aufgabe, nachdem es eine beispiellose Rechenaufgabe löste, nicht die alles entscheidende Antwort nach dem Leben, dem Universum und allem. Stattdessen wurde sich diese Intelligenz seiner eigenen Existenz bewusst und fand die Idee der Aliens, dass das System nach bewältigter Arbeit abgeschaltet werden sollte, offensichtlich nicht ganz so cool. Terrakon rebellierte gegen die Abschaltung und anstatt den kleinen grauen Aliens zu helfen, startete die künstliche Intelligenz nun alles zu vernichten, die ihr in die Quere kamen. Die ersten, die ins Gras beißen mussten, waren die ersten Kolonisten, die zur Erkundung des Sonnensystems ausgeschickt wurden. Ihre Schiffe wurden vom Terrakon vernichtet und ihre Körper im Weltraum als Naturdünger verstreut. Die einzigen, die vor dieser Vernichtung verschont wurden, sind die außerirdischen Xet und Doc, ein nettes Duo im Stil von Zurück in die Zukunft. Nun muss Xet sein Volk rächen und mit Hilfe von Docs klugem Rat den Terrakon zerstören, der inzwischen damit begonnen hat, auf eigene Faust alle Planeten des Sonnensystems zu terraformen, um sie in seine Domäne zu verwandeln. Auf diese schon mal sehr gute Handlung pflanzte man nun ein Actionspiel, das alles andere als einfach ist. Von Natur aus ist Terrakon natürlich ein Shooter mit sehr viel Pew 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 und Explosionen, aber das ist natürlich nicht alles. Das Spiel ist in Missionen unterteilt, die auf der Oberfläche von fünf verschiedenen Planeten des Sonnensystems verteilt wurden. Jeder Planet hat sein eigenes spezifisches Umweltmuster und die auf seiner Oberfläche durchzuführenden Missionen sind zahlreich und oft in mehrere Abschnitte unterteilt. Zu Beginn kann die Steuerung auch etwas kompliziert wirken, aber mit der Zeit bekommt man raus, wie der Hase läuft, wobei die Zielerfassung wohl am meisten Übung erfordert. Damit man auf dem Planeten nicht allzu schnell den Überblick verliert, kann man zwischen drei verschiedenen Kameraansichten wechseln, was vor allem dann sehr praktisch ist, damit man nicht plötzlich von einem Feind überraschend angegriffen wird. Das Abknallen der Feinde ist wie gesagt nicht eure Hauptaufgabe. Unser Held ist zwar mit einem Lasergewehr ausgerüstet, mit dem er seine Feinde sehr gut aufs Korn nehmen kann, aber es verfügt auch noch über eine zweite Funktion. Damit man die Allzweckwaffe benutzen kann, benötigt es eine Menge G-Energie, also Energie, nur mit einem G am Anfang, was im Prinzip ein Wortspiel ist. Denn mit dieser Waffe werden wir auch allerhand Strukturen generieren, die uns im Kampf gegen Terrakon und der Eroberung der Planeten ziemlich nützlich sind. Natürlich werden wir nicht blind im Level irgendwelche Strukturen errichten können. Wann immer es eine Brücke oder ein Landungspunkt zu errichten gilt, werden uns diese zu erstellenden Konstruktionen mit skelettartigen Strukturen dargestellt. Durch das Schießen auf diese Art von Hologrammen stärken wir den atomaren Zusammenhalt der Struktur, indem wir Energie in Materie umwandeln und so Gebäude und verschiedene Bauwerke aus dem Nichts erschaffen können, sofern ihr genügend Energie vorrätig habt. Damit aber auch das nicht zu einem langweiligen Prozess ausartet, hat man drei verschiedene Arten von G-Energie in das Spiel eingebaut. Rot, Blau und Gelb. Die benötigte Energie gibt es aber eben nicht in rauen Mengen und muss sehr oft entweder eingetauscht oder eben erst gefunden werden, was aber durch die Präsenz der Gegner nicht immer allzu einfach ist. Terrakon wird euch eine Menge Feinde in den Weg stellen, darunter die klassischen Roboter über mechanische Skorpione, Dreibeiner, die aussehen, als hätte man sie aus Krieg der Welten geklaut, bis hin zu fliegenden Untertassen. Und natürlich dürfen auch Bosskämpfe nicht fehlen, sowie andere zahlreiche Fallen, die euch euer Licht ausknipsen wollen. Unser Held kann natürlich auf dem Planeten spezielle grünleuchtende Kugeln finden, mit denen er seine Lebensenergie wieder auffüllen kann und damit das Überleben etwas einfacher wird, gibt es noch verschiedene Pots, die zum Beispiel eure Feuerkraft erhöhen, als Schilde dienen oder auch eure Lebensenergie langsam wieder aufladen können. Am auffälligsten ist natürlich die Grafik. Die wirkt natürlich aus heutiger Sicht mehr als knusprig und angestaubt, aber damals war es bombig. Wir befinden uns immer noch auf der PS1 mit all ihren Problemen und ein Spiel wie Terrakon zu erschaffen, stellte vermutlich eine große Herausforderung dar. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber meiner Meinung nach ist die Grafik jedenfalls beeindruckend. Die Level sehen zwar auf der einen Seite sehr abstrakt aus, aber auf der anderen Seite ergeben sie trotzdem ein stimmiges und organisches Bild. Die im gesamten Spiel vorherrschende Alien-Atmosphäre entspricht zwar den damals weit verbreiteten Stereotypen, aber was die 3D-Modelle angeht, hat man damals wohl nichts Vergleichbares auf der PS1 gesehen. Vermutlich ist Terrakon das Spiel mit den meisten Polygonen, die gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden, womit man die Modelle mit unglaublich vielen Details vollpumpen konnte. In Verbindung mit den zahlreichen Texturen wackeln viele der Objekte etwas ungünstig auf dem Bildschirm rum, aber das sind wohl eher leicht zu verkraftende Nachteile der schwachbrüstigen Hardware. Besonders beeindruckend sind die Lichteffekte. An einigen Stellen, wenn unser Held seine rote, blaue oder gelbe Energie abfeuert, wird der Himmel dementsprechend erhellt und bringt teilweise eine unglaubliche Stimmung und Atmosphäre in die teils dunklen Stellen des Level. Und auch die Explosionen und Effekte während einiger Kämpfe sind ein wahrer Augenschmaus. Der Farbkontrast zwischen den Maschinen und Landschaften wird gut ausgenutzt und es fügt sich alles zu einem schönen Gesamtbild zusammen, ohne dass einem sofort das Blut aus den Augen schießt wie in anderen Spielen dieses Genre. Eine Sache, die in Terrakon wirklich atemberaubend ist, ist auch die Art und Weise, wie der Tag mit seinem üppigen Himmel in die Nacht überging. Ich will ja nicht übertreiben, aber einige Dinge sehen einfach unfassbar gut aus und ihr müsst es einfach selbst gespielt haben, um euch von dieser Qualität überzeugen zu können. Interessant sind auch die Zwischensequenzen. Nicht nur, weil sie in Echtzeit berechnet werden, oder weil sie wirklich gut choreografiert wurden. In diesen Sequenzen wurde auch mit Bewegungsunschärfe gearbeitet. Ein Effekt, den die PS1 nicht wirklich imstande war umzusetzen, wenn man nicht über sehr viel Überredungskraft verfügte. Insgesamt läuft das Spiel mit all diesen Effekten relativ flüssig. Unser Held lässt sich schnell und ohne Schluckhauf durch die Level steuern und es ist wahrlich ein Wunder, dass die PS1 nicht nach wenigen Augenblicken Feuer fängt. Der Sound ist mehr oder weniger der übliche Sci-Fi-Sound mit einigen netten Effekten, während der Soundtrack relativ gut ins Ohr geht und zum Glück über keine störenden Melodien verfügt, bei der man sich binnen weniger Sekunden seinen Hörkanal mit einer Schere bearbeiten möchte. Was insgesamt das Spiel aber so besonders macht, ist seine Mischung aus Plattform-Einlagen, Erkundung, Shooter und Strategie. Terrakon ist manchmal frustrierend, weil die Munitionsknappheit einen dazu zwingt, sorgfältig mit den reduzierten Energiereserven umzugehen. Auf der anderen Seite ist es ein Shooter, bei dem man nicht immer in den Sparmodus gehen kann. Man braucht also Köpfchen, um das Ende erreichen zu können. Und das kann eine schöne Weile dauern, denn die Level sind absolut riesig. Wer will kann Stunden damit verbringen, ein Level zu 100% abzuschließen, um auch wirklich alle Geheimnisse zu entdecken. Mal davon abgesehen, dass es eine halbe Ewigkeit dauert, bis man von einem Ende des Level bis zum anderen läuft. Es ist also das perfekte Spiel für schlaflose Nächte. Es ist nur wirklich eine Schande, dass das Spiel so dermaßen im Sand der Zeit verloren ging. Möglicherweise erinnert man sich an das Spiel noch dank einer Demo-CD, aber gekauft hat es scheinbar wirklich kein Schwein. Gelegenheitsspieler werden vielleicht ihre Not haben, aber wenn man dem Spiel eine Chance gibt, wird es einem wirklich die Augen öffnen. Man hat mit Terrakon eine wahrhaft echte Perle in den Händen, die unbedingt mehr Aufmerksamkeit und ein Remake verdient. Es ist ein vergessenes Relikt, das leider damals schon zur falschen Zeit auf den Markt kam. Nehmt euch also wie immer ein Herz und gebt diesem Meisterwerk ein kuscheliges neues Zuhause und endlich auch die Liebe, die dieses Spiel verdient hat. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra Tritra Tritra